Hallo, liebe Singles und solche, die es werden wollen. Willkommen zu Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Bridget Jones ist leicht über 30 und leicht übergewichtig. Das ist noch lange kein Grund, mich mit diesem langweiligen Anwalt Mark Darcy zu verkuppeln, Mama. Der hat einen Rentierpulli an. Hab ich ja überhaupt nicht gerade. Boah, ist die peinlich. Unverschämtheit. Ich nehme jetzt ab und finde Mr. Perfect. Ach, ich hab ihn schon, mein Boss Daniel Cleaver. Hallo. Oh, den Darcy kenn ich. Der hat mal mit einer Verlobten von mir geschlafen. So ein Arsch. Magst du ein Date? Ja, bitte. Bei einer Kostümparty lässt Daniel sie blöderweise im Stich. Sorry, ich muss noch arbeiten. Und ich stehe als Bunny da. Was? Daniel betrügt mich. Oh nein. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Vergiss es. Vielleicht ist der Darcy doch gar nicht so schlimm. Ich mag dich, so wie du bist und rette sogar deine Geburtstagsparty. Darcy. Cleaver. Und die beiden schlagen sich um sie und der Darcy so, ha, gewonnen. Oh nein, Daniel. Mist, ich hätte nicht gewinnen sollen. Aber eine Elternehekrise und viele Missverständnisse später steht sie in Leoparden unter Hose im Schnee vor ihrer Wohnung und sie küssen sich. Knutsch. Nette Jungs küssen nicht so. Und ob, verdammt. Ende. Dieser Film bietet für mich sehr viel Identifikationspotenzial, weil Bridget halt so ein bisschen peinlich ist. Und was hat das Ganze mit Weihnachten zu tun? Also, Messias-Momente gibt es definitiv keine. Null Sterne hier. Da der Film Hässliche Weihnachtspullis richtig populär gemacht hat, gibt es drei Sterne auf der Santanismus-Skala. Außerdem schneit's am Ende. Als romantische Komödie geht es letzten Endes die ganze Zeit nur um Liebe. Deswegen vier von fünf Sternen auf dem Fest der Liebe-Index. Weihnachten selber kommt aber gar nicht vor. Deshalb ist die Konsum-Terrorquote Null Sterne. Konflikte werden über Lügen von Daniel und per Faustkampf ausgetragen. Deswegen höchstens für die Schlussversöhnung ein Stern beim Frieden auf Erden-Faktor. Es klingt, als ob diese Beziehungskomödie eigentlich nix mit Weihnachten zu tun hat. Naja, aber es wird einem doch warm ums Herzchen, oder? Welchen Weihnachtsfaktor hat Bridget Jones für euch? Bewertet den Streifen auf unserem X-Marsometer und teilt, teilt, teilt dieses Video. Denn geteilte Kalorien sind gesparte Kalorien. Gesang. Untertitelung des ZDF, 2020